Die JuvaSphere, Leute. Willkommen hier zu einem Gast-Upload bei JuJuFIFA und ja, heute zu einer Transfer-News oder so. Ja, hier sehen wir Schwersteiger. Wechselt er? Ist die Frage. Wechselt er nach Juve? Für, ja, Laie. Also, zwei Jahre Laie oder so. Ja, das ist eine Frage, das weiß man ja auch nicht. Man fragt sich, ob das passiert. Aber ihr wechselt ja. Jetzt kommen wir zum nächsten Transfer. Let's go. Und das ist jetzt Toiland oder ich weiß nicht, wie man ihn ausspricht. Wechselt er zu HSV? Ist die Frage. Für circa 4 Millionen. Das wäre so ein geiler Transfer für die HSV. Toiland, zu HSV oder Deutschland für circa 4 Millionen. Und ja, haut rein. Bis zum nächsten Mal. Ich hoffe, hat euch dieses Gast-Upload gefallen bei JuJuFIFA. Und ja, es hat mich wirklich gefallen. Haut rein. Und ciao. Abonniert JuJuFIFA.